Was ist denn mit euch los? Wegen Klimaveränderung! Alle Regenbogen weg! Bei Klimaveränderung und Regenbogenverlust lesen sie die Packungsballage und pflanzen sie einen Baum. Eingepflanzt! Hey, du hast das neue Front! Super cool! Ja, ist auch schon leer! Oh, das geht ja mal gar nicht! Und so macht man es richtig! Hey, du hast schon wieder das neue Front, da? Cool! Ja, ist auch schon leer! So macht man es richtig! Oh, mir macht es Spaß! Sophia, Lea, Lena und Mary! Auf Wiedersehen! ön